Hallo liebe Freunde und Abonnenten, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Auch heute fliegen wir wieder mit der Comco Icarus C42C, aber auch heute geht es nicht um das Flugzeug, sondern um den Zielflugplatz, denn wir fliegen nach Idar-Oberstein. Idar-Oberstein ist ein schön gelegener Graslandeplatz, ist ein Verkehrslandeplatz, aber die Spezialität dort findet man im Restaurant, denn dort gibt es sehr leckere Fleischgerichte. Ganz besonders ist, dass man das Gericht schon aus der Luft bestellen kann. Damit wirbt der Flugplatz auf seiner Homepage, aber auch auf solchen Postkarten, die sie auf verschiedenen Flugplätzen auch hier in Worms verteilt haben. Und auf der Postkarte stehen schon die vier leckeren Spezialitäten und die haben natürlich alle Buchstabennamen. Zum Beispiel gibt es Sierra, das ist ein saftig gebratener Schweinekamm, es gibt Lima, eine ganze Schweinelände, zart und mager, Romeo, das Roastbeef für Kenner, und es gibt Foxtrot, ein zartes Rinderfilet. Begleiten wird mich die Lisa heute wieder. Ich bin nur der Co-Pilot, sie fliegt hin, ich werde dann nachher zurückfliegen und wir probieren das aus, ob das klappt, aus der Luft zu bestellen. Sind wir gespannt, sehen wir uns gleich im Cockpit. Ok? Ok. Klar. Vorflugkontrolle? Hab ich durchgeführt. Benzinverratenöl? Hab ich gecheckt. Die Gepäckraumklappe? Hab ich verschlossen. Das Fertungsgerät? Hab ich entsichert. Bordbuch und Papiere? Hab ich geprüft und dabei. Der Betriebsstundenzähler? Hab ich auch gecheckt. Die Türen? Sind zu. Ja, haben wir auch. Gurte? Sind fest. Höhenmesser? Ähm, so, oder? Na, wie viel? Genau. Ja. Genau. Apionen kommen? Alles aus. Alles aus. Alles aus. Genau, wenn man es nicht sieht, ist es manchmal nicht mehr. Die Zündung, Magnete? Sind aus. Genau. Die Sicherungen? Sind alle drin. Ok. Das Ruder, leichtgängig? Ja. Brandhahn? Brandhahn ist aus. Ok. Dann Parkbremse setzen? Parkbremse gesetzt. Hauptschalter? Hauptschalter ein. Zündung, Magnete? Zündung, Magnete ein. Kraftstoffpumpe? Kraftstoffpumpe ein. Stroh? Stroh an. Vergaser-Fahrwärmung? Vergaser-Fahrwärmung drin. Genau. So, der Motor ist kalt. Motor ist kalt. Also Choke. So, das ist ganz leer. Ok, dann geht's weiter. Generate-Warnlicht? Ja. Krass. Öldruck? Ja. Genau. Voltmeter? Ja. Brauchstoffpumpe wieder? Ja. Ja. Das ist ein paar Wörterkommate. So, die Vorken, was von der anderen? Das ist das? Ja, das ist gut. Okay. Das ist gut. 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 Das ist gut, Du. Wikum. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Dotzigrät. D Mustang. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. 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 Ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh. als die Köln des Wachstums. Das war dann Sitz. So, ja. Das war dann für die Rückkehr, ein Leibhaus, ein Gericht und ein Gericht. Als ich hier richtig bin, dann muss ich die Rückkehr ausziehen. Das ist das hier. Er hat sich nicht mehr zu tun. Aber es wird auch noch weiter kommen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Das ist eine große Herausforderung, die wir hier sehen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung 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 des ZDF, 2020 des ZDF, 2020 Untertitelung 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 des ZDF, 2020 Die erste Beherrung hat sich nicht nur an den Körperschäften, sondern nur an den Körperschäften. Die erste Beherrung hat sich nicht nur an den Körperschäften, sondern auch an den Körperschäften. Aber ich hatte keine Rolle, das ist ein Zug, das ich viel, ich habe mich recht gut gemacht. Das ist das Schade, das ist schade. Die Führung des Künstlers ist in der Mitte der Führung der Künstler und der Künstler im Hintergrund. Die Führung des Künstlers ist in der Mitte der Künstler und der Künstler im Hintergrund. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay, end flying. Ich glaube, ich muss wieder mehr Land nehmen. Ja. Diese Windhose steht mal gerade. Da sieht man, dass wir heute auch ordentlich hinter. Fass. Fass ist für eine Wiederkroneite. Einer. Ja. Ja. Vielen Dank.